wir kommen der fleischfabrik zart und sagt ich warum nicht das hier was 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 muss ich denn hier machen da ist zu der zucht vorbei habe ich schaft schützen über fliegen sehen tatsächlich hat geschossen er hat geschossen gerade die frage wurzeln herum dieses atmen wollte es ist der muss irgendwo der schießt er sieht mich aber nicht da weiß ich wollte bei mir zieht doch keine kugel dran vorbei jedoch mal runter ja deswegen dass sich damit er mich sieht und die frage wo oder ich muss muss da unten raus weil ich so keine keine sicht ab den zu treffen ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 die in heute fresse ich sehe da der lok da kannst du mich nicht treffen Ja! Ja! Du blöder Sau! Ich muss einfach nur warten. Einer ist noch. Einer ist noch. Ich muss nur gucken, von wo er aus schießt. Wer weiß, dass er jetzt alleine ist? Ich seh ihn auch nicht. Wo bist du? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ich bin das. ich kann ja gar nicht treffen mit der mauer zu sein oder so war ja wurde gerade nachgeladen ach zu spät das ist wieder woanders gezimmelt die alte bratwurst ich weiß natürlich jetzt nicht ob der jetzt doch mal aufsteht dieser günther auf die muss man aufpassen sonst hauen sie dich weg 23 schüsse und alles feiern dass sie nur dahinten bleiben ich muss mich zeigen wenn ich weiß von wo aus schießt also für irgendwo wo er keine chance hat mich zu treffen also das kommt von irgendwo da glaube ich ich muss seiten da oben war gar ach nee das ist so struktur da bist du Habe ich ihn? 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 Und Apostel? Ob der ins Auge geht? Oh bitte! Nein! Jawoll. Aber so geht's auch. ich habe ich will existieren dann davon noch ich schieß ich hätte hundertprozentig getroffen ich würde da jetzt die beiden munition verschwenden ich weiß es sind noch ein zwei aber der typ ist so weit weg dass ich weiß nicht warum ja genau ja ja ich kann mich genau das weil ich mich ganz hinlegen scheint aber auch keiner mehr da zu sein oder täusche ich mich wow das fehlt doch jetzt durchs bein das war es doch nicht gewesen ob man das dann auch einfach wieder zurück treppen ich hasse treppen da machen wir das halten auf diese weise das war nicht das gibt es doch nicht hey legst du jetzt mal zum schlag bleibt bleibt da jetzt liegen also mal ganz ehrlich treppen ist kack ich muss warten bis unten sind ja das wäre wenigstens mal wieder ein schöner volltreffer ein schöner richtiger treffer voll zack sind ja noch mehr augen als ich gedacht habe das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht ich bin ich schlicht geworden da geh mal weg der ist ja lieber tot volle munition jetzt leg dich mal hin man hört aber das blech aus zu kacken so wieder voll ist wieder typisch voll immer nur voll immer nur voll also wieder zurück scharfschutz werden wir jetzt lieber muss ich ganz ehrlich mal sagen kann ich will darauf konzentrieren die amal ja genau wie viel kommen wir da noch alle schau dass das projekt hier den anderen auch mann schade ja der war mal gut diese ja 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 nice ja 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 volle munition ich kann 100 schuss kriegen weiß für die und ich krieg immer landmine kombo Was? 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 Lauf! Yeah! Das war ja mal selten dämlich. Das hat ja überhaupt nichts gebracht. Das war ja mal selten dämlich. Ja, was machst du denn da, du blöder Bauer, ey? Boah, der Typ geht mir auf die Nerven. Ey, was gibt's doch nicht, ey. Dieser Bill, dieser alte Lauchkönig. Der Lauchkönig.